So Rainer, erzähl, was machen wir heute? Wir machen eine Überraschung für alle Vereinsmitglieder. Ganz was Besonderes heute. Der Womanizer schwingt den Pinsel quasi, ne? Das kann man ja schon mal verraten, richtig? Das kann keiner besser als ich. Logisch. Könntest du mir mal helfen, ja? Jupp. So, ich halte fest, du ziehst es nur raus. Ach, das kennen wir ja schon. Ja. Wie? Wo soll die Rauter eigentlich hin, Alex? Hier genau in der Mitte oder da rüber? Ja, in der Mitte wäre natürlich geil. Der Lichtschalter ist schon eine Herausforderung, ne? Ja, ich weiß, aber irgendwie ist das ganz komisch. Aber warte jetzt. So, stopp. Bisschen kleiner, die Spitze guckt hier rein, das grüne. So eine Nuance, sagst du? Eine Nuance, ja. Wir reden über dreizehntel Millimeter. Die könnten entscheidend sein. Ich glaube, wir brauchen gar nicht groß mit Bleistift zu arbeiten. Ich werde gleich versuchen, das abzukleben. Du bist ein Profi, ne? Das kannst du auch nicht lernen, sowas, ne? Hast du oder hast du nicht? Ein Gefühl haben. Ein Blut. Rainer, das wird dir das ganze vereinzelt herum verändern, ne? Rainer, was sagst? Kann man nicht buchen für zu Hause? Nicht, kann man buchen. Komm mal auf den Preis an. Weil so teuer, so ganz billig bin ich nur nicht. Nee, nee. Qualität kostet eben. Wer billig kauft, kauft zweimal, ne? Gut geklebt ist halb gewonnen, sagt man doch so. Oder auf dem Bau? Wenn du dir sehr gut zuguckst, kannst du das auch. Machst du morgen zu Hause, alles alleine. Ich habe ja ein Video, deswegen mache ich das ja. Ach so, für zu Hause. Man könnte begeistert sein, ne? Bist du zufrieden bis jetzt? Bis jetzt bin ich zufrieden. So, jetzt machen wir weiter. Bis jetzt. Bis jetzt. Weißt du, was wir auch hätten gut machen können? Ja, erzähl. Vorher, nachher Bilder. Was hier zu spät? Machst du nicht mal an. Meinst du, das merkt keiner? Hä? Nee. Meinst du, das merkt keiner? Nee, wie denn? Mich kann man buchen. Komm mal auf den Preis an. Weil so teuer, so ganz billig bin ich nur nicht. Nee, nee. Qualität kostet eben. Wer billig kauft, kauft zweimal, ne? Nichts, sag ich wie. Nee, wir müssen das noch nicht drauf drauf drauf. Nee, wir müssen das nicht drauf 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 drauf. Auf die anderen Seite und auf die anderen Seite. Och, woher soll ich nichts? Lecker, ich schief mir. Vielen Dank.